So, jetzt geht's quasi um die Wursch schon. Einmal beim Buster herauf. Wir müssen halt viel besiegen und dann sind wir glaube ich beim letzten Endboss, mein Alter. Und dann haben wir es endlich auch mal geschafft. Aber, boah, wer hätte das gesagt? Wir müssen mal enter in 20. Vielleicht zum Tate dort, würde ich denken. Ja, dann sind wir bei 60. Aber... Ramsey! Ok, Koh yeah, judgement. Cannast. Mann. Au! Oh, ey, ist nicht sehr... und 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 zu machen macht er denn hier So. Weeeey. Oh, Leute, den hab ich hier. Ich glaub, das war's jetzt für den. Ja, es war's für den. Leute. Leute, Leute. Ha. Und sie lachten mich aus. Und sie lachten mich aus. Jetzt habt ihr's davon. Gut, die letzten beiden Parts waren in Ordnung, würde ich mal fast behaupten, oder, Leute? Wir kommen jetzt hier immer näher. Immer näher. Das ist aber... Schon ziemlich schwer. So. Dann wollen wir mal... ...schauen, was... ...hier so auf uns wartet. Ah, wir mal die aus dem Loch kriechen. Ja, das braucht natürlich keinen Mensch. Einfach hoch. Einfach hoch. Einfach hoch. ... 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 wird sein hund auf mich schicken und dann wird er halt wenn du überlebst warte ich auf dich enttäuscht mich nicht leute müssen wir eben sekunde warten mein telefon klingelt sekunde so wieder zurück hundi hundi boah der ist der hund ist auf jeden fall schon übelst nervig boah ey ich fall hier auf jeden fall nicht gegen so'n hund das fehlt nur an der hundesohn aber der kann ja alles und er kann eis der kann er kann sogar eine folien ausspannen glaube ich ja schwach der schuss ist der zück vielleicht der gute so wo machen wir jetzt jawoll wie sehe ich leute der hund ist auf jeden fall schon mal platt also mit der energie muss ich den jetzt noch wieder besiegen äh äh excellent job x i see you as you are counting and you are almost a good as hunter as i was ok ich weiß wie ein silo die er so halt vertaut hat du bist ein bisschen besser die je als ich war wer ist das aber die zeit des zerstörnungs gekommen also deine zeit des zerstörnungs gekommen also deine zeit des zerstörnungs gekommen we shall regret ever having to defeat äh keine Ahnung du besieg mich jo und ich muss mit der energie kämpfen klar was war das denn Leute habt ihr das jetzt gesehen ich muss doch nicht jetzt wieder den hundblatt machen oder also das fand ich jetzt boah alter doch ey wie soll man das denn schaffen ich brauche noch ein e-tank und volle e-tanks vor allen Dingen nur Pussyhund du holst du ein Mädchen Hauptsache das leidet nicht boah das ist boah boah ey boah ey boah ey das leidet nicht mein pet ist so sehr kaputt schon und der erkennt manche boah ey bitte scheißhund boah Leute ich brauche ein e-tank ich weiß noch eins gibt ich brauche noch ein e-tank weil es ist auf die stage es ist gar nicht die stage wir äh die e-tank nicht voll die richtig die richtig die richtig gemeint Aber wie soll man den denn besiegen? Also bei dem war ich auf jeden Fall Tipps, wenn ihr Tipps habt wie ich den besiegen kann, dann nehme ich die gerne an mich oder mit irgendwelchen Waffen oder den Hund mit irgendwelchen Waffen besiegen oder? Ich kann mir nix vorstellen außer anders aus dem Blasdrechen. Oh, ich... Ich wasche jetzt hier durch. Scheiße, teile. Ah. Dann gäbe ich sollte da oben was sein. Oh, da komm ich nie im Leben hin. Habt ihr das gesehen? Komm ich nie. Aber ich weiß auch noch was anderes. Was ist hier schon? Ja, da da. Die lachen voll... ...verpönen ein. Hier. Die muss ich nur normalerweise mit meinem Kopfnuss da drücken, ne? Aber... So. So, ich drück nochmal da drüben, aber... Ne. Kannst vergessen. Ja, Leute. Pff. Und jetzt? War nur ein Herz. Naja, ich cutte den Part jetzt einfach hier. Ich werde mich mal ein bisschen erkundigen, wo es Herzen gibt, wo ich nochmal gucken kann. Ja, und dann stellen wir uns nochmal den guten Sigma hingegen mit seinem komischen Scheißhund. Dann bis später.